Nachdem Verena Altenberger beim Münchner Polizeiruf 110 ausgestiegen ist, wird Johanna Wokalek nun die neue Ermittlerin. Sie spielt die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Chris Blom, wie der BR mitteilt. Wokalek steht auch schon für die Krimi-Reihe vor der Kamera. In dieser Woche haben laut des Senders die Dreharbeiten am neuen Fall, Little Boxes, begonnen. Die Ausstrahlung ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Drol Zahavi führt Regie, das Drehbuch stammt von Stefan Weigel. Im Herbst 2022 wird Verena Altenberger noch einmal als Elisabeth Bessie Eickhoff vor der Kamera stehen. Der Fall mit dem Arbeitstitel Paranoia soll dann voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 ausgestrahlt werden. Untertitelung des ZDF, 2020